Hallöchen Leute und Willkommen zurück zu COD. Hier mit SourceVac3506 und... Mir mal wieder. Immer noch. Und wir machen innere Sicherheit und Repeat hat auch einen schlechten Wortwitz auf Lager. Ja, aber ich hoffe mal unsere innere Sicherheit ist besser als die von Sony ihren Servern. Genau. Und das heißt, wir legen jetzt los und... Man merkt vielleicht, dass er ein bisschen müde klingt. Nur ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Übrigens, das mit diesem Standbild, das ich da manchmal habe, das hat die Aufnahme nicht wirklich beeinträchtigt. Also... Dann ist ja gut. Ich meine, es nimmt ja im Prinzip immer noch das gleiche Bild auf. Also tut es auch, habe ich ja gesehen, aber... Außer wenn das Aufnahmeprogramm abschmiert. Ja, oder das Spiel selbst. Wenn da irgendwann steht keine... Rückmeldung. Ne, keine Rückmeldung steht ja schon da, aber da steht, wenn da das aufploppt, das Zeug. So, auf Antwort warten, Programm schließen, etc. So, und wir haben jetzt hier ein verschiedenes Arsenal zur Verfügung. Und ich nehme mal wieder die... Äh, Dingens. Die EBR. Äh, die M14 EBR Thermal. Und er platziert jetzt schon mal ein paar... Während wir jetzt hier einfach mal schnell... Oh, ich habe die Claymors gar nicht. So. Oh. 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 Ja. Mein Ape ist grad ein bisschen scheiße. Kommt noch. Ich hätte das geschafft. Das war aber nicht ich. Hößer klein ich das Geschütz. Mit. Mach, ich hab nicht getroffen. Fand ich unfair. Du wirst echt da draußen rumgummeln. Oh. Ey, ich will gleich noch auf der Seite Geschütz holen. Ach so, ja. Sie sind fast fertig. Sie sind fast fertig. Sie sind fast fertig. Können nicht, wenn die getroffen werden, einfach sofort schwarz werden und nicht noch weiß aufleuchten zu bleiben. Ma. Ich werde immer getroffen, bevor ich schießen kann. Na, ich sag mal so, um Körper ist ja noch ein bisschen wärmer, ne? Ja. Oh. Noch fünf, noch vier, noch drei. Zwei. Zwei sind übrig. Eine war. Hab ich. So, Handkriegswelle in zwei. Ich muss mal kurz niesen. Tut mir leid. Hunter 2 eins. Achtung. Mehr als 15 Beine nähern sich ihrer Position von Norden. Over. Hunter 2 eins. Scheiße. Das passiert mir auch immer nach dem Aufstehen. Over. Hi. Ich sehe Schiss in unsere Richtung. Wie. Unnormal. Woran könnte es bloß liegen, ne? Ach, das ist Geschütz. Ich wollte schon drauf schießen. Warum wird das Geschütz mir per Temal auch angezeigt? Ist doch ein bisschen unrealistisch. Au. Ähm, das läuft ganz schön heiß, ne? Ja, aber wenn es nichts macht. Hier ist einer durchgekommen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kann nicht alle Gegner gleichzeitig töten. Ich glaube, ich habe die Stimme von Captain Price. Kann das? Wer stellt das hier hin? Ach, das ist ein Reifen. Dat Reifen. Mal wieder. Gut, dass ich hier nichts sehe. Ach, da hinten kommen da alle. Habe ich ihn? Ich weiß es nicht. Oh ja, es kommen übrigens auch Predator-Raketen. Wurde ihr angekündigt? Ich glaube nicht, ne? Äh, doch. Der hat so gerade eben angekündigt gehabt, ja. Ja, gerade eben. Sehr gut. Die Predator hat gerade einen Kumpel ausgeschaltet. Das Geschütz schießt dem Wagen erstmal einen Platz. Keiner. Hä, jetzt hat der die ACR. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist die Scar. Das ist die Scar. Die habe ich auch. Ne, ich habe die Aqua. Wechsle das Magazin! Mit Luke Tube. So. Ich gehe mal fixe Muni aufstocken. Ach, stimmt. Die ist da draußen. Mit Raketen bewaffnen. Predator-Rakete. Oh! Stimmt. Da war ja noch was. Ant2-1. Achtung! Feindliche Patrouille bei der Bank im Nordgesicht ist. Over. Ant2-1. Der Overlord. Empfehle Einsatz von Thermal-Auftik. Over. Ja, das müsst ihr nicht jedes Mal erwähnen. Ich habe nicht da mal einen. So. Ich kann mir denken, drüben bei Nades ist ein... Das ist Dinge. Oben drauf, ne? Jo. Äh... Liegt der Raketen, der da vorne liegt noch? Notfalls, meine ich. Ich habe mir eine AT4 geholt. Ah, das ist natürlich noch besser. Ein Firm oder Mission ist geschafft. Weiter durch. Wenn die WM-Lenker das nicht immer funktionieren würde, wie sie sollte. Wenn ich hat Ronald das entdeckt? Dich. Oh. Oh nein. Nein. Weil du am Fenster plittest. Achso. Ja. Mach nicht. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig. Woodcreen putzen mich eh nicht. Weil ich im Haus bin. Nicht wie lag könnte ich die noch erwischen. Weil noch um die Ziel... Granate. Äh... Da ist eine Nook-Tube-Paketen-Werfer. Habe ich. Treffe ich dich die ganze Zeit oder spinnt der Fall einfach nur rum? Äh... Möglichst dann in meine Richtung. Ich geh mal kurz rüber hier in die Bar. Pass auf. Ich glaube... Der Heli ist schon da. Oder sollte es zumindest. Ah, fuck. Achtung, hier ist ein Gegner drin. Immer noch. Jetzt ist er tot. Nein. Ich hing fest. Wir brauchen meine neue Strategie. Gehen wir nach oben durch. Clamer? Oder Pert? Äh... Der Typ, der... Die Typen, der gerade reinkam. Bereit machen. Aber ich hing tatsächlich in der Wand fest. Weil da ein paar Sitze im Weg waren. So. Clays... Hast du schon Clays? Nein. Gut, dann nehme ich die mit. Dann nehme ich mir gleich das MG mit. Ähm... Ah, es guckt aus. Auf maximale Munition. Wir haben ein Viertel geschafft. Nicht aufhören. Jetzt schon? Wow. Oh. 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 Soll ich mich ins Feind-Territorium wagen nachher gleich in der Pause? Wenn du es schnell schaffst. Ich würde sagen, ab fünf Feinde kannst du mal versuchen rüber zu rennen. Und zwar jetzt. Noch fünf. Noch vier. Dann lass mal einen Feind übrig, wenn es geht. Sagt das den Geschwitzen. Wenn du dich hinterherstellst, konntest du es aufheben. Äh, eins ist kaputt. Ich habe nur eins. Ach so. Hast du das andere noch nicht geholt. Wo war die Muni? Wo war die Muni? Da hinten? Boah. Äh, Truck. Ah, hier ist auch nur eine Artiv hier. Ja, dann ist egal. Oh. Fuck. Voll schlecht mit deinem Typ. Fuck, 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 fuck. Schaffst du das? Ich versuch dir Deckung zu geben. Ja, da rechts ist grad sicher, aber vorsichtig, Brett, ne? Und dann rüber zum Burger Town. Die Longe wusste, dass hier so ein cooler Raum bomb- äh, ich wusste ich, der ist. ihr wollt so ein single player hier drüben die akka noch mal noch mehr clays dann nimm mit da kommen übrigens ein paar feinde zu dir ja südosten schweißt du das tut mir nein Oh. Au. Hi. Hi, na. Au. Hier ist doch irgendwo einer. Hast du ihn? Ja, der war hinter mir. Oh. Moment. Oh, Granate. Die ist außen. Oh, meine Trace ist vorne hochgegangen. Das war zwar ein bisschen overkill, aber ist mir egal. Sag, dass den Gegnern die hier mit keine Ahnung was auf uns kießen. Flugtubes zum Beispiel. Kampungwerke. Kommen sie weiter. Aua. Au. Au. Hallo. Boah, die stehen da. Sorry, aber die stehen die ganze Zeit vor der Tür. Hinter uns. Tja, muss ich mal analysieren. Habe ich. Nicht. Riecht da noch. Egal. An sich, wenn er kriegt, denn... Mission gescheitert. Was? Keine Ahnung. Was zur Hölle? Was war denn das? Ich weiß, dass ne Pratt in uns reinkam, aber die sollten uns doch gar nicht treffen können von da. Doch, die kann, wenn sie nahe beim Fenster hinblickt, kann sie treffen. Also rüber zum Berger-Town kann ich gleich nochmal gehen, wegen Claes. Okay, ich bin hier vorne und hole schon mal das andere Geschickste her. Wo wir gerade vom Handy reden. Ich glaube, ich werde gerade angerufen von meiner Mutter, die fragt, ob sie sich die abholen kann. Was aber, was aber, wie man gerade vielleicht merken kann, wie kein optimaler Zeitpunkt ist. Also wie laut ist mein Handy? Solange sich da in Ruhe ist. Ich hoffe, man hört einfach mal nicht, dass ich hier bokeleutertes Klingelton habe. Sie sind fast fertig. Was, so Klingelton? Wo bin ich heute? Muss man das kennen? Das habe ich schon mal gehabt. Ich habe hier noch eine Samtex angeheftet. Und da wollte ich gerade eigentlich noch hinlaufen. Das erste Geschütz ist übrigens down. Da steht auch so schön in der Front, ne? Ja, aber. Da steht down, sehr schön. Ich komme hoch und werde sofort angeschossen, ey. Das ist echt bitter. So, au. Au. BTS? Wo ist der Sack? Anze 21, Achtung. Bei der Bank im Norden gesichtet. Bei der Bank im Norden. Also, in der Nades, da. Achso. Da hinten. Links von dir. Oh nein. Ich glaube, der gerade ist Geschütz zerstört. Nein. Das scheint nur zu funktionieren. Ja, funktioniert nur. Man hört auf, mich anzuschießen, wenn ich nach euch schließe. Das ist sehr unsozial von euch. Aua. Hier kommt einer. Nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn noch getroffen. Ich glaube, ich werde doch lieber noch Munition auf. Sollte ich auch machen. Ich habe so noch ein bisschen was in der Sniper, aber... Du konntest ja, äh, drüben beim Burger-Kommunik noch eine... EBR. Ach. Ich habe schon Clays. Warum sollte ich da nochmal hinlaufen? Warum sollte ich da nochmal hinlaufen? Noch mehr Clays? Ich habe noch sieben, hallo? Ich habe erst drei gelegt. Äh, das Geschütz ist jetzt aber down. Okay. Ach, du Scheiße. Nein, hat sie nicht. Hat sie schon. Oder bringt es ihr nichts mehr. Ein Helikopter mit Raketenwaffnete Predator-Drohne. Hä? Da ist einer in der Clay gespawnt. Oh, das ist natürlich schwer. Eine große Feindkommunik an Mörgertau gesicht ist. Nein, uuuh. Empfehle Einsatz von der Mahlaufdicht. Ja. Gut, dass bei mir hier gerade... paar wenige sind. Oh nein. Äh, von mir aus kommen welche? Unter zwei, ein weisige Drohner hat sie entdeckt. Over. Wir brauchen eine neue Strategie. Okay. Da haben wir das nächste auf der Liste. Sind aber auch S2 nur, ne? Hm. Dann kommt jetzt... Oho. Hehehe. Nein. Oh doch. We don't like. Ja, warum bekämpfen sie Shadow Company in Juggernauts? Hm. Die Shadow Company ist ja nix. Nee. Aber die Lagerlust. Lachs. Ja. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ich trink mal ganz kurz einen Schluck. Am besten sind die ja, wenn sie einfach von hinten kommen. Wenn sie schon auf Zufüllung sind. Ich erinnere mich nicht daran. Bei unserem... Oh, Rade. Bei unserem ersten Versuch, ne? Da waren wir schon bei der Hälfte, circa. Da kam so ein Scheiß Juggernaut von hinten. Ähm... So, Intervention lassen wir mal. Äh. Ach, es gab mit Thermal, ey. Komm. Äh. Dich will ich haben. Hm? Ähm. Ey, ich hab schon angeschossen. Frech halt. Ja, nicht Daggernaut. Ich lass dich doch nicht einfach liegen. Aua. Ohohoho. Der tut ein bisschen weh. Ah. Das zählt jetzt aber nicht als Versuch. Halten Sie Daggernauts mit Blendgranaten auf. Okay. Das ist ne neue Nachricht, die ich bisher noch nie gesehen habe. Und das meine ich sogar ernst. Ähm. Komm, ich nimm mal auch mit einem G. Au. Oha. Ist das der Juggerl? Nein. Äh, da, der kommt dabei. Hat er sich gerade hingelegt? Ne, der ist tot. Ist auf die Fresse, ne. Da ist noch einer. Der ist auf die Fresse geflogen. Achso. Hier hast du ne Blend. Komm. Tot. Jetzt ist es tot. Einfach mal ins Gesicht geschossen. Ich hab alle nicht all deine Tube. Es kommen noch ein paar. Ich hab noch acht. Ich hab noch voll. Ich hab noch alle zehn. Ich hab auch schon nur mit zwei verschossen. Ja, soll vorkommen. Eine. Eine hat den Lackern auf den Karton gebracht. Als ich das nicht gesehen hab. Ja, ja. Sieht zu weit clean aus. Boah, ich hab grad vor die FPS Einbrüche. Üuh. In einem FPS ist es schlecht. Ja, jetzt fängt es sich aber langsam. Die Zuschauer können es ja jetzt sehen, wenn ich FPS-Einbrüche habe. Hat schon was, ne? Nee. So ein FPS-Counter. Nee, ich mein, sie merken es selber. Vorher waren halt die Video-FPS und meine FPS verschieden. Aus Gründen, die ich nicht sagen möchte, weil es technische Probleme sind. Ich dachte, Baum, Kuchen, Granaten, NookTube. Aua. Alter, ich hab dich geblendet, Gart, Junge. Ein Lager oder ein normaler? Normaler.